Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial unserer PubMed Videoreihe. In diesem Teil zeigen wir euch, wie die Schlagwortsuche mit Medical Subject Headings, kurz MESH, funktioniert. Die in PubMed integrierte MESH-Datenbank ist ein medizinisches Fachwörter- und Schlagwortlexikon. Die Begriffe werden von Fachleuten vergeben und beschreiben das Thema eines Artikels. So sind besonders präzise inhaltliche Suchanfragen möglich. Am besten öffnet ihr PubMed immer über die Startseite der SUB, um alle möglichen Lizenzen für die Volltextsuche nutzen zu können. Wenn ihr an einem Rechner arbeitet, der nicht mit dem Campusnetz verbunden ist, empfiehlt es sich, den VPN-Client der Universität zu installieren. Weitere Informationen zum Zugriff auf E-Medien von außerhalb des Campusnetzes findet ihr auf unserer Homepage. Als Beispiel nehmen wir das Thema Diabetes mellitus. Statt der normalen Freitextsuche nutzen wir nun die MESH-Schlagwortsuche. Hierzu wählt ihr über das Tool Explore die MESH-Database aus. Anschließend wird der Suchbegriff ins Suchfeld eingetragen. Aufgrund des lexikonartigen Aufbaus der MESH-Datenbank kann immer nur ein Begriff gesucht werden, nicht mehrere gleichzeitig. Unter den Treffern finden sich nun alle MESH-Schlagwörter, die zu unserem gesuchten Begriff passen. Wir wählen das Schlagwort aus, das für unsere Recherche am besten ist. Es öffnen sich nun die sogenannten Subheadings. Das sind Unteraspekte des gewählten Themenbereichs. Sie ermöglichen eine weitere Eingrenzung der Suche. Da wir nur nach Artikeln suchen, die sich mit der Therapie von Diabetes befassen, wählen wir den Unteraspekt Therapy aus. Alternativ kann man das Suchwort auch zum Hauptschlagwort machen. Es werden daraufhin nur Artikel angezeigt, die sich hauptsächlich mit der Thematik befassen. Weiter unten sieht man eine nützliche Übersicht über die benachbarten Schlagwörter, den sogenannten MESH-Tree. Die MESH-Terms sind hier hierarchisch angeordnet. Im MESH-Tree kann man sehen, wo sich unser Schlagwort einordnet. So lässt sich überprüfen, ob eventuell ein zu allgemeiner oder zu spezieller Begriff ausgewählt wurde. Falls nötig, könnt ihr die Erweiterung der Suche auf hierarchisch untergeordnete Begriffe ausschließen. Damit ihr auf die Volltexte zugreifen könnt, muss die Suchanfrage nun zu PubMed geschickt werden. Dazu braucht man den PubMed Search Builder. In der Suchleiste könnt ihr nun nach weiteren MESH-Terms suchen, die ihr für die Recherche braucht. Die Begriffe, die wir bereits in den Search Builder eingefügt haben, bleiben dabei erhalten und können mit den folgenden Suchanfragen kombiniert werden. Den neuen MESH-Term fügt ihr auf die gleiche Weise in den Search Builder ein. Achtet dabei darauf, dass der richtige Operator ausgewählt ist. Nachdem alle für uns relevanten MESH-Terms in den Search Builder eingefügt sind, klickt man auf Search PubMed, um zur Trefferliste zu gelangen. Unter jedem Artikel in PubMed findet ihr außerdem die zu ihm zugehörigen MESH-Terms. Diese Begriffe könnt ihr als Anregung für eure Recherche nehmen. Besonders wichtige Begriffe, sogenannte Major Topics, sind mit einem Sternchen versehen. Solltet ihr Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wendet euch gerne an uns. Besonders wichtige Begriffe, die wir im nächsten Mal haben wir auf dem Punkt noch vor. Wenn ihr euch noch keine Grenzen aufgenommen hat, dauert die Überstompetenz. Die Begriffe, die wir in den letzten Jahren, jetzt nirr die Begriffe, wenn es nicht nur33 ist. Untertitelung des ZDF, 2020